Das hat gerade auch so schön funktioniert Da ganz hinten sind sie gespawnt Und ein bisschen h.e. bringen Na wo sind sie? Der wirft mit Explosive Minds auf mich In der Ranger Hier hinten Hier vor mir, genau unter mir Hier hinten über mir Einer Ranger Noch einer Ranger Der Medic meines Vertrauens wieder Zumindest das selbe Skin Und ja mal denselben Skin Na gut, dann nicht Jo Jo Ich bin verrückt Oh Gott Und durch Grasenseite der Hütte Noch einer? Noch einer Noch einer Noch einer Noch einer Ja Das ist ja smooth, was hier abgeht Muss ich mal durchschlagen Jetzt wohnen die alle da hinten Muss ich mal komplett bis zu mir durchschlagen Ach der hinter mir Ah, deswegen hab ich ihn nicht gesehen Mal gucken ob ich bei dem Team mit einsteigen kann Damit ich die Kackpratzer das oben klackholen kann Er hat ihn geholt Ja Explosive Spaced Ja Wurde müsste man in der Ranger sein, oder? Ja Wurde müsste man in der Ranger sein, oder? Ja Ich hätte nicht versucht, ihn zu messen Medic des Vertrauens Medic des Vertrauens Hello Ja Dankeschön So Und noch mal kill Gerade da, so Oh, beide, na mensch Röhmchen Der kämpft Oh Oh Er legt sich Das habe ich nicht erwartet Im Moment Kann ich jetzt warten? Ja, da ist er Da standen zwei Der Medic wird aufgehoben Lebt der Medic mich auf? Ja Schön Ah, schön Ich mag's One Eternity Later Nein, nicht schon wieder über die halbe Krater Fick dich Gut, ich auch Und jetzt Kämmt wieder einer Wow Gut